7 Schritte für dein Herz-Kreislauf-System und deine Fettverbrennung. Starte mit langsamen Mountain Climbers, bring das Knie nach vorne unter die Brust und erhöhe dann auf schnelle Mountain Climbers. Als nächste Übung mache einzeln mit einem Fuß einen Tap nach außen und wieder innen und wechsel dann zu Jumps mit beiden Beinen nach außen und innen. Schnelle Mountain Climbers kombinieren mit den Jumps und sprüngen mit beiden Knien bzw. beiden Beinen nach vorne. Immer 4 Mountain Climbers, 4 Jumps, 4 Jumps nach vorne. Und dann als nächste Übung mache ich was für die seitliche Rumpfmuskulatur, mache mit angezogenen Knien die Jumps nach vorne und hinten mit Twist. Wechsel dann zu Burpees, erstmal nach hinten laufen, dann nach hinten und vorne springen, halbe Burpees und dann werde hier noch ein bisschen schneller, erhöhe die Intensität und dann für den Endspurt. Gehe in Jumping Jacks, aus dem Jumping Jacks in den Running Man und wieder Jumping Jacks und Running Man im Wechsel.